Und da gehen wir schon auf. Boxk, Boxk, Boxk. Und da gehen wir schon. Und ein bisschen Sliden. Ja, machen wir es aber ja. Sliden kann ich nicht, gell? Sliden ist super, oder? Nicht aber Sliden, es ist der Partie mitgebracht. Und was kann ich? Schüde hochheben. Ja, super. So würdest du das nicht mehr hochheben, gell? Ich krieg dir später noch größere Schüde noch. Stepper, das wird ein böser Zerkerei, das ist sicher jetzt schon. Weißt du dann, was der Spell macht? Die Killer ist immer so ein Instant. Äh. Eigentlich macht, gab mir nur Schaden. Erst wart's auf mich da vorne, gell? Du hattest nicht dumm und umsliden. Musst ein bisschen Schaden machen, gell? Du musst Schaden machen? Ja. Jetzt Pension machen. So. Jetzt kann ich halt noch. Ja, jetzt kannst du das noch, gell? Später dann ein Nimmer. Schau. Einfach über das Money drüber Sliden. Während hab ich das Dungeon geschissen. Ja. Allee kann ich. Zwerge. Die können alles. Die Zwerge können alles. Ja. Von Out of Hell. Muss man dazu sein. Die Zwerge von Out of Hell. Out of Hell. Out of Hell. Meinst du? Out of Hell. Out of Hell. Ja. Ja. Das finde ich so leihand, gell? Mhm. Das Heif von ihm. Der stirbt jetzt. Ja, das Ding, ne? Kontrollierender Magier. Mhm. So kontrolliert ist er. Mhm. Martin, das tut's schon aus mir. Hörst? Seine Beine sind so klein. Du hast halt was Gutes ausgesucht. Da rennt der Schmähler mit Zwerg. Ja, Martin. Steffert. Der ist schon zwischen den Zwingen und der Zwingen. Du auch. Während die D-Summer dumm wartet jetzt. Super. Und Sliden. Wir sammeln dafür die ganze Kohle auf Martin. Kein Problem. Ich hab da kein Problem damit. Da hinten ist irgendwas für Priester, gell? So ein Priester-Scheiße, so. Magier. Magier. Ja, ist Magier. Kannst nicht aufmachen. Kannst nicht schauen, ob du ein Kan-Set hast. Damit kannst du's aufmachen. Ich bin ein Magier erst. Du bist ein Magier? Ja, hast du ein Kan-Set? Ich bin ein Magier. Mach's auf. Wenn man ein Magier ist, braucht er keine Kan-Set. So, geheimer Schalter. Der Offen. Geht schon weiter. Alter, es ist offen. All night lang. Da rennt der Zwerg. Gehen da keine Gnade. So, AE. Geht schon. Boom. Ja, AE. Heute geht's schon. Heute geht's schon. Jetzt wird's schief. Jetzt wird's echt schief. Ich auch AE machen. Das ist aber der Ulti, oder? So, der Martinez Ulti mehr aushalten. Ja. Mehr Schaden machen und den anderen schwächen. Oder plus 2cm Hecher schütt werden. Ja. So, alles block ich. Wird noch eher interessant werden. Da ist eigentlich so ein kraler Scheißdruck. Wo? Ah, ja. Warte mal. Ja, aber das ist was der Knummern ist, oder? Ah, ja. Ja. Mit dem Skelett, oder? Ja. Das ist dein Movement-Skill. Mit dem du da hin gerade geslidert hast. Mit dem kommst du die Knummern auf alle Arme. Da sind so... Magier-Scheiße. Ja, Magier-Scheiße kann ich keiner nehmen von uns. Warte. Achso, Blödsinn. Ja, Marco. Kann Magier-Scheiße nehmen. Ich weiß nur, dass der Marco... Marco ist Magier-Scheiße. Hey, du kannst sagen. Du ignorierst das alles im Marketing, oder? Ja. Ah, Geriger, das bist du, gell? Ja, wo? Was? Was ist denn? Achso. Äh... Ja, okay. Ich will mit dir reden. Nein, geh weg. Ja, wo ist denn das schon wieder? Ich will mit dir reden. Nein. Ah, jetzt bist du schon hier, oder? Nein, Blödsinn. Nein, haste. Super. Danke. Da. Nicht rein, aber... So langsam bist du eh nicht, Martin. So langsam bist du eh nicht. So langsam bist du eh nicht. Jetzt ist es schon wieder hier, aber... Ja. Aber wir kriegen halt so schneller wieder. Auch mit dem Zweifel. Oh, da ist schon draufgedrückt, das Stefan. Da hab ich schon draufgedrückt. Braucht sie nicht glauben. Möte, was? Ja, da kommt der Arscher, dann hat die Mariner... ...zaubertommen... ...oder so. Ist die langweil? Ja. Was ist los da? Ich bin verdammt. Ja. Kann man sich auch slideen oder was? Slide man. Ja. Ist das Kies drauf? Warte bitte. Ja. Da ist irgendwas für Naturfertigkeitpaket. Ja. Ich schau vielleicht gibt mir das noch. Ich weiß nicht ob das pro Verwendung... Nein nein es gibt immer pro Dungeon ja. Kannst du wieder aufmachen. Ja. Ja offenbar gibt es pro Dungeon weil wir vorher eins auch aufmachen können und ich hab eins gehabt. Das sind alles so komische Nazi-Regelungen schon wieder. Da hat man immer alles aus zu persönlich schichten. Ja ist egal. Es gibt halt bei Instanzen. Ja es geht bei Instanzen. Sonst war es jetzt ein bisschen zu teuer wenn man es kaufen muss. Das ist halt. Ruhig sein. Sliden. Geht schon wieder. Okay. Nix abhalten. Oh. Schild hochheben. Hoppala. Fert abhalten. Geht das auch? Hm. Ich könnte mein Schild hochheben. Also ich muss sagen es ist der letzte Schild in der Anfang. Ich glaube beim nächsten Mal bin ich dann schon so frustriert. Ich bin in Spielausarbeit. Was? Frustrierst oder was? Nein hast du zu oft in Anfang gespielt. Ich finde die Anfang gespielt. Ich bin bei ein paar Spielsüge. 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 Ich spiele aber den Schuss ein paar Spielsüge. Das geht schon. Ich bin auf ihm. Ich hab kein Meter, gell? Ich bin bei ein paar Spielsüge. Ihr braucht sich nicht ausweichen. Kannst du das nicht ausweichen bei den Skills oder? Mhm. Ja. Das war jetzt eine ... Also ganz übersetzt ist noch nicht. Ich muss sagen. Also das Avec jederzeit hatte ich mich. Der Untertitel war auf Englisch. Da ist noch was zum Ei sammeln, gell? Kiste, 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 Kiste Alles nehmen, alles looten Marco, mit den Fingern alles looten Alles looten, alles looten Ich glaube, das ist so ein Kisten, was soll er aufmachen Genau Warte mal, was ist das? Naja, nehmen wir das, geht schon Er heißt, Koder nicht genau vorm Ding ist das möglich Was? Nehmen wir genau draufstehen Ja, warte, aber ist da nicht irgendwo dann noch so ein Geheimang geworden? Ja, genau Und, oder? Naja Naja, wir fassen ab wahrscheinlich, oder? Wo ist es beim nächsten? Ich weiß gar nicht mehr Beim nächsten, also bei dem weiß ich nicht Na Nein Nein, ich glaub nicht Nein, ich glaub nicht Gehen wir mal weiter, ne? Ja Ja Ich muss ja so langsam rein, oder? Ja gut So wichtig kann's auch jetzt sein, heißt's Die Pixe sind da drin Keine Pixe sind da drin Keine Pixe sind da drin? Ah, das wird ein Warten Hm, voll Selbst beim Wasser geht Ja, das ist, weil der Marco immer so langsam ist, gell? Ja Kann das der Grund sein? Problem von aus Langsamer als ein Zwerg Mit kurzen Haxen Ich bemerke's Ja Oder die, genau Ah, ich meine, fast genau den gleichen Zwerger steht Ja Schild Echter, wie er raus Der Protektor ist anklemmt Ja An Schild Kannibalen Das ist jetzt so für ein Händler vorbeikommen, ja Kannst ja was, na gell? Gegen Protektor, kann sich nicht stehen bleiben Niedern Händler, Niedern Händler Ah, das ist der Nutzabwecke Ja, das ist mit Piraten, ne? Ähm Weiß ich nicht mehr Kann sein, ja Ja Wenn du in der Luft bist, kannst du dir aber nicht boaden, ne? Ja Also ich kann in der Luft sliden Aber schau, was wird Mhm Ziemlich slideig in der Luft, dass du Pschu pschu Mhm Hoverboard Mhm 2015, wir kommen Juuu Martin McFrey Mhm Ja Ja Ich kann bei einem Holt verslappen Ja Ich kann bei einem Holt verslappen Am Rückweg, oder? Am Rückweg wohin? Zu der Taverne. Und Questo geben, oder? So blöd. Oh mein Gott, der schmeckt wieder, gell? Der schmeckt, natürlich. Also, ich weiß nicht, ich muss schon wieder warten auf euch. Ich bin der erste Haller. Das ist auch. Ich hab eine Entschuldigung, gell? Ja, ich hab eine Entschuldigung. Kann nur Schild hochheben. Jetzt sind wir gleich am Arsch gegangen aus der Serie 3 gespielt. Hm. Nicht zu leiden, nicht zu schnuder rennen, nicht zu danceen. Es gibt doch kein Dance, Marco. Nein. Es gibt noch kein Dance. Was? Ah, ja, PG, ne. Ja. Ja, aber PG ohne Dance, da können sie sehr geil in den Hut schießen, gell? Heute haben sie irgendein Bild gepostet von irgendeinem Beholder, ne? Ja. Und drunter, was ich gerade drüber scrollt habe, ist gerade ein Kommentar gestanden auf Facebook. Ja, meine D&D Gruppe, wie darf ich nur die Beine in die Hand nehmen, Rhabarber, Rhabarber. Ja, 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 ja. Eine Rocker-Spiel, oder? Ja, das ist ein Tisch, oder? Ach, ich bin vor allem, ich bin ja der Zahnpast. Ich bin ja neu ins Gesicht. Mein Schwanz. Hm. Über am Ende des Schwanzes ist dein Penis. Also, die Milchdrüsen. Wie jetzt? Milchdrüsen. Mhm. Aber ich muss sagen, das mit dem Händel finde ich gar nicht einmal so sexy, gell? Muss ich gestehen, schaut ziemlich scheiße aus. So, da willst du keine Ballen, also du darfst aufpassen, was du sagst, gell? Keine was? Kannibalen, die essen. Andere Völker. Zum Beispiel... Zwerge? Wörfe? 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 Bist du Wörfe? Ich bin Wörfe… Vogelwölfe. Eigentlich... Eigentlich bin ich... Eigentlich bin ich 5olver ... Eigentlich bin ich Fünfe... Du musst den Schaermachen, einen Zoom im Nach·enden nehmen und Fünfe-o-o- probable 5olver etwas Namen nehmen. 5ol... Ja, hoi-o-f. Hm? Der tagged nicht. Oder 10.30 kannst du da nicht machen, ist auch lustig. 10.30! Ja? Jawohl, wäuf! Ja, 10.30 ist besser. Marco hättest du vielleicht den Zwerg nehmen sollen, oder was? Sacraler Scheiß drückt da rein. Ja, Sacraler Scheiß. Ah, ist nix für mich. Sacraler Scheiß. Sacraler Scheiß, kein Sacraler Scheiß. Sacraler Scheiß wäre eh was für mich gewesen. Ach so. Da ist das, gell? Auspassen. Sacraler Scheiß ist ja zuständig. So zu den Schaden, ne? Na gut, oder was? Was? Ich? Ja. Na. So. Warnbärsch, oder? Ja, jetzt geht nix für Natur, gell? Wir haben einen Naturbakel gehabt, jetzt gehen sie jetzt neben da. Wir haben einen Naturzeug zum Pflücken. Naturzeug? Wir haben einen Naturzeug zum Pflücken, ja. Ist die Pflücken da, ne? Ja. Oh, jetzt hat er mich für der Wicht, oder? Zack. Boah, ist denn Slag da, oder? Was ist denn da los, oder? Ja, ich meine kontrollierenden, taktischen, sauberer Fertigkeit bin hier, oder eben. Praktischer Magier, oder was? Stirbt, sauber. Irgend sowas. Irgend sowas. Irgend sowas. Was hat's das denn da hinten? Ja, weiß nicht. Ja, dann ignorierst ihn auch. Na, schau, das kann man jetzt aufmachen, gell? Und dann verlang ich für euch erst. Mhm. Aufmachen, ne? Weil erst, weil diese Gewölbekunde-Geschichte hat, ne? Aber da? Mhm. Flaut einmal klar aus, was drin ist. Und dann... Alles wird geflaut aus. Speed, quest, quest, quest. Level 5. Bis leppert das Level-Up ist immer... Alles zu erreißen, bitte. Da war's das Level-Up. Du denkst nicht, hey, geht das eventuell, war's ganz sicher, dass der Level-Up kann. Jetzt. Totale Zerstörung im Raum. Jetzt Level-Up. Wir kommen mit dem Fall. Ich gehe jetzt mal weiter. I-O-I-Learn, wir kommen mal hierher. Wir kommen mit einer L-E-A-L-H-R-E-V-0-A-L-E-N-H-R-E-M-E-N-H-G-E-N-H-R-E-E-N-H-E-N-H-R-E-E-ND-H-E-N-H-E-N-H-E-N-H-F-E-N-H-E-N-H-E-N-H-E-N-H.